herzlich willkommen zu meinem achten city iceland 2 let's play und jetzt starten wir mal direkt wieder zu 100.000 Oh, ein Wäsch! Es war mal ein Wäscher! Wäsch! 30,000 Parken! Wäsch! 3,000 Parken! 4,000? Alter! Geil! Auf jeden Fall! In den letzten Tagen ist jetzt so kein Netzplay rausgekommen oder so, weil ich jetzt in der Schule war. Ich hab Zeugnis bekommen und so halt. Ich bin noch in der Schule. Ui jo! Alter! Scheiße! Ich glaub mein Tablet ist auch sehr gefallen. What the? Halt und ähm... Ich... Ich... äh... war... gestern noch so Pramoramabad mit meinen Freunden. Halt und deswegen hatte ich die ganze Zeit. Naja... Egal. Also... Ich hoffe, das hat euch jetzt nicht allzu sehr gestört und so. Aber... Naja... Musste halt mal sein. Naja... Dann baue ich jetzt erstmal... die Feierwache. Hallo? Warum? Mal den... Wo muss ich jetzt hinsetzen? Hm... Ne, den Park? Ne, seh scheiß aus. Komm... Ich stell die mal in die... ... die... ... die... ... die... ... die... Keine Ahnung... Hm... Ja... Oh ja... Ja und dann hab ich mich da so... ... so... ... bei... ... Pamoramabad... ... ey... ... hab ich mich einmal so verletzt... ... jetzt bin ich richtig traurig... ... NEIN... ... NEIN... ... aber... ... aber... ... mal gleich... ... für mich... ... ich meine... ... jetzt... ... äh... ... irgendwas hab ich noch bekommen... ... im Haus glaub ich hab ich noch... ... anders bekommen... ... gucken... ... das war alles geiler Haus irgendwie... ... für 14.000 sogar nur... ... Worte... ... best ever... ... so... ... ähm... ... und dann war ich jetzt noch... ... da auf dem... ... da so ein... ... Weg... ... ja geil... ... bitte... ... hm... ... ja... ... sag... ... zum Beispiel brauch ich jetzt 60... ... das ist klar... ... NEIN... ... sag ich das... ... das meine ich... ... hrrr... ... nein Spaß... ... ähm... ... ja... ... ähm... ... irgendwie finde ich... ... ist doch nur was... ... in der Stadt morgen... ... aber... ... ich weiß aber irgendwie nicht was... ... eigentlich will ich gucken... ... so... ... gar nicht... ... yo... ... was... ... wie kostet... ... einfach mal... ... 5.000... ... Bargeld... ... ja... ... bestimmt... ... und das ist so genau das da... ... davor... ... bräuchte ich noch ein... ... Goldstück am besten... ... ich bräuchte... ... 300... ... Einwohner dafür... ... ja... ... toll... ... bräuchte ich... ... noch mal... ... so ein Haus... ... so... ... danke... ... so ein Haus... ... und... ... so ein Haus... ... Hah! ... werde ich... ... kurz... ... eine Straße... ... wir... ... hier... ... jetzt... ... jetzt... ... gar nicht do... ... jetzt... ... hier... ... ja geil... ... also... ... dann... ...na... gb hallo Ja, shit, hab ich verklickt. 300 Bargeld, gar nichts. Oh, ja. Irgendwas mit Arbeit wollten die noch haben, weil es einfach zu wenig davon gibt, irgendwie. Keine Ahnung. Ich guck mal im Shop, was jetzt noch so für Gewerbe gibt's. Weil, ich wollte ja noch so einen Bahnhof bauen, aber den Bahnhof, den wollte ich hier oben so in der Nähe von dieser Bank bauen, oder was sein soll. Das ist das einzig Handelszentrum. So. Wollt ich da so bauen halt, ne? Damit die so eine direkte Verbindung von der Stadt aus da hoch haben. Dann wollte ich noch die Strecke so weitermachen, dass die irgendwie hier weiter hinten hingeht. Irgendwie hier halt. Keine Ahnung. Und zum Damm. Irgendwie so. Oder zum Fluss oder so. Keine Ahnung. Über den Fluss, was weiß ich. Na ja. Auf jeden Fall. Muss ich gucken, dass das irgendwo jetzt im Tribüe wird. Mal. Ich hab mal dabei gewerbe. Da. 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 Warte mal was zu bauen. Ja, was sowieso. So. Ich eigentlich brauche ich. Guck mal. Ja. Ich glaub, aber ich kann's sowieso nicht bauen. Ich glaub, aber ich kann's sowieso nicht bauen. Das hab ich noch nicht. Shit. Das ist was zu auf Wasser bauen. Verdammt. Hm. Ach, die zwei Häuser sind schon fertig. Geil. Oh nein, ich baue jetzt mal. Gewerbe. Aber ist noch so ein Handwerkstand. Zum Beispiel. Ah ja, die Schule ist hier unten. Okay, da ist noch der Stand. Dann baue ich noch hier so ein Standplatz. Wenn dann baue ich da drinnen. Da. Ja. Dann baue ich noch den Standplatz. Ich bin nicht schon Level 14. Und ich bin in der 8 Folge. Puh. Geil. Guck mal, ich schieb mir das. Äh, Bolognunternehmen, meine Fresse. Ich hab meine Angestellten. So. Das ist aber. Das ist meine. Das ist. Das ist die Anlage. 20 Ausrüstung. Das ist gefühlt. Zwei Stunden gespielt. 300 Einwohner. 6 Erweiterungen. Zimmer geschleudert. Kleine fünf Felsen. Oh. Okay. Hab ich ein paar Felsen. Eine. Ja ich hab zwei. Wow. So. Ja ich komm, ich mach die Tabala weg. Komm, ich mach die Tabala weg. Komm, ich mach die Tabala weg. So. Aber irgendwie find ich, der Strand ist irgendwie so total unlebhaft. Oder lieb. Ja klar. Wie ich es nenne so. Und deswegen dachte ich mir jetzt so, ich brauch noch so ein paar Sachen für den Strand. Und halt so Strand liegen und so, ne? Ja. Ich mach eben. So. Zack. Da hab ich hier noch so ein Strand schwimmen. ich bin So, noch ein Smiley. Vielleicht habe ich so viel Smiley, weil es war geil. Vielleicht kriege ich noch ganz viele Smilies. So, ich bräuchte jetzt noch einen. Okay, so warte ich auf den Smiley, kriege ich ein Gold oder mach ich das Gewiet da oben frei. Okay. Ja, okay. Äh, ja, ich mach jetzt los, weil es gibt grad Essen. Yeah, Essen, dann, dann. Und dann, bitte abonnieren und dann, ciao, bis zur nächsten Folge.